Heute besprechen wir ganz kompakt die wichtigsten 10 Tipps für Diagramme in Microsoft Excel. Diese Anleitung steht allen zur Verfügung, die Microsoft Excel installiert und lizenziert haben. Beginnen wir mit dem ersten Tipp. Ich wechsle auf das erste Arbeitsblatt und darin haben wir den ersten Tipp. Und zwar wenn man die Steuerungstaste Alt plus F1 drückt, kann man relativ schnell und einfach ein Diagramm erstellen. Beispielsweise setze ich meinen Cursor auf eine beliebige Zelle und dann drücke ich diese Kombination und es wird bereits ein Diagramm erstellt. Als nächsten Schritt kann ich dann hier unter Diagrammentwurf Daten auswählen, entsprechend diese Tabelle auswählen und habe in kürzester Zeit das Diagramm erstellt. Das war Tipp Nummer 1. Kommen wir zum nächsten Tipp. Tipp Nummer 2 betrifft die Funktion bestimmte Spalten in einem Diagramm sozusagen zu verwenden. Das bedeutet, angenommen anhand dieser Tabelle, welche aus drei Spalten besteht, aus Verkäufer, den Umsätzen und den Provisionen, möchte ich angenommen nur ein Diagramm mit den Daten auswählen oder mit den Spalten Verkäufer und der Provisionen erstellen, so kann ich das selektiv durchführen, indem ich mit der Steuerungstaste den Bereich der Verkäufer selektiere und dann die entsprechende zweite Spalte. Nun kann ich dann wiederum mit Alt F1 das Diagramm erstellen. Ich kann sozusagen auch die Diagramm erstellen nur auf die Spalten Verkäufer und Umsätze und dann entsprechend das Diagramm erstellen und erhalte dann entsprechend nur diese Daten. Kommen wir zu Tipp Nummer 3. Verwenden einer Tabelle mit einem Diagramm. Wie man hier sehen kann, ist bereits eine Tabelle vorhanden mit Verkäufer und dann Januar und Februar. Und entsprechend basierend auf diese Daten auch eine grafische Darstellung in Form eines Balkendiagramms. Nun möchte ich ein weiteres Feld bzw. ein weiteres Monat hinzufügen und das auch in der Grafik. Dazu selektiere ich nun diesen Bereich, wechsle wie hier beschrieben in den Menüpunkt Einfügen, selektiere Tabelle, bestätige die Vorauswahl und erhalte nun eine Tabelle. Der nächste Schritt ist, dass ich hier beispielsweise den März eintrage und es wird automatisch bei Eingabe einer, bei dieser Zelle auch die weiteren Zeilen eingefügt. Nun kann ich entsprechend die Werte eintragen und man sieht bereits, dass nun auch der März in diesem Diagramm automatisch mit angezeigt wird. Kommen wir zu Tipp Nummer 4. Schnelles Filtern der Daten in einem Diagramm. Angenommen, wie hierbei es steht, möchte man nicht, dass die Daten von Doris angezeigt werden in diesem Diagramm. Dann kann ich wie folgt vorgehen und zwar ich selektiere das Diagramm und habe hier ein Filtersymbol, den sogenannten Diagrammfilter, klicke darauf und habe nun eine Auswahl der Datenreihen. Und hier kann ich nun den Haken bei Doris herausnehmen und auf Anwenden klicken und es wird das Diagramm ohne dieser Datenreihe aktualisiert. Das war Tipp Nummer 4. Kommen wir zu Tipp Nummer 5. Verwenden von Pivotcharts, wenn Daten nicht zusammengefasst sind. Hier ist die Ausgangssituation folgende und zwar habe ich hier eine Tabelle mit der Spalte Produkt und der Menge und wie man hier sehen kann, kommen zum Beispiel hier die Äpfel dreimal vor und die Orangen zweimal. Wenn ich nun diese Daten zusammenfassen möchte, so kann ich das über Pivotcharts bewerkstelligen. Dazu kann ich nun den Bereich selektieren und nun auf Einfügen und dort Pivotcharts auswählen. Ich bestätige den Tabellenbereich und gebe noch an, dass das Ziel hier umliegend zur Tabelle eingefügt werden soll. Als nächstes kann ich dann hier in dieser Pivotchart Produkt der Menge angeben und erhalte entsprechend die Darstellung in Form eines Diagramms und in Form einer Pivottabelle. Hier werden nun entsprechend die Äpfel und die Orangen zusammengefasst dargestellt. Kommen wir zu Tipp Nummer 6. Und zwar das Berücksichtigen von Bezeichnungen mit mehreren Ebenen. Ausgangssituation ist hier folgende und zwar, dass ich eine Tabelle habe mit Produkt und Menge und ich möchte nun diese einzelnen Produkte zusammenfassen in einer weiteren Ausprägung, in diesem Fall Abteilung. Hier kann ich beispielsweise eintragen das Obst und für Spargel und Brokkoli die Kategorie Gemüse. Wenn ich nun diese Kategorie im Diagramm als zusätzliche Ebene darstellen möchte, so kann ich das über den Menüpunkt selektieren, Diagrammentwurf und dort auf Daten auswählen. Und hier kann ich dann entsprechend wiederum den Bereich angeben und mit OK bestätigen. Nun sieht man eine zweite Ebene, wo die Äpfel, Orangen und Bananen als Obst dargestellt werden, Spargel und Brokkoli als Gemüse. Kommen wir zum Tipp Nummer 7. Und zwar die Verwendung von Sekundärachse zum Erstellen eines Verbunddiagramms. Das bedeutet in unserem Fall, dass wir hier ein Balkendiagramm haben mit den Umsätzen und den Profit in Prozent. Nun kann es sein, dass ich, wie man hier sehen kann, das nicht in einem Diagramm oder in einer Achse darstellen möchte, sondern beispielsweise möchte ich den Profit, der ein Prozent ist, als Linie hinzuzufügen bzw. darzustellen. Ich kann folgendermaßen vorgehen und zwar, ich selektiere das Diagramm, wechsle auf Diagrammentwurf, auf Diagrammtyp ändern und dort gibt es im unteren Bereich die Option Kombi. Und hier habe ich dochmals meine Datenreihen angeführt und kann bei Prozent Profit als Linie diese beibehalten. Jedoch kann ich hier die Sekundärachse aktivieren. Und wie man nun sehen kann, wird nun der Profit bzw. die zweite Datenreihe in der Sekundärachse dargestellt. Somit kann man nun den Profit viel besser ablesen, da es nun entlang der Sekundärachse skaliert ist. Kommen wir zum nächsten Tipp. Verbinden eines Diagrammtitels mit einer Zelle. Wie wir hier sehen, haben wir ein Diagramm und wir können natürlich hier den Diagrammtitel regelmäßig anpassen mit neuen Titeln oder wir verwenden sozusagen eine Referenz auf eine weitere Zelle. In diesem Fall möchten wir den Text Woche 1 im Diagrammtitel darstellen. Dann kann ich das folgendermaßen durchführen. Und zwar, wenn ich nochmal einen Schritt zurückgehe, indem ich den Diagrammtitel mir anzeigen lasse und dann sozusagen hier die Woche selektiere. In meinem Fall hat das nun nicht geklappt. Ich nehme einen zweiten Anlauf und gebe hier mit einem istgleich die Woche an und nun wird dieser Text im Diagramm referenziert. Das bedeutet, wenn ich hier auf Woche 2 umstelle, dann wird auch dieser ebenfalls im Diagrammtitel aktualisiert. Kommen wir zum vorletzten Tipp und zwar die Aufteilung von Segmenten in einen zweiten Kreis. Dazu selektieren wir das Diagramm wiederum, gehen auf Diagrammentwurf und dort auf Diagrammtyp ändern. Und ich möchte nun diesen kleinen Bereich besonders hervorheben. Dazu wechsle ich nun in der Rubrik Kreis auf diese Kreisaufkreis Darstellung und bestätige mit OK. Nun kann ich dann noch weiter eine Formatierung durchführen und zwar wenn ich hier auf Format wechsle und zwar kann ich das im Bereich der Reihe und dort gibt es einen Menüpunkt Datenreihe aufteilen und kann darin den entsprechenden Wert mit angeben. In unserem Fall gebe ich 1000 an und habe somit eine bessere Darstellung von diesem kleinen Segment innerhalb eines Kreisdiagramms. Nun kommen wir zum letzten Tipp und zwar Zeigen von Diagrammelementen als Vorschau. Was ist damit gemeint? Und zwar wenn ich hier ein Diagramm habe, gibt es nun mit dem Plus-Symbol die Möglichkeit unterschiedliche Optionen in der Darstellung als Vorschau anzusehen. Zum Beispiel hier die Fehlerindikatoren, Legende und Trennlinie. Das ist ein hervorragender Tipp, um schnell einen Vorschau zu erhalten, wie denn sich das Diagramm entsprechend um das Diagrammelement anpasst. Wie du siehst, sind das sehr wertvolle 10 Tipps für die Erstellung und Bearbeitung von Diagrammen. Falls du Fragen dazu hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen dir zu antworten und bitte nicht vergessen, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann und bedanke mich bei allen sehr herzlich, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Vielen Dank und ich freue mich schon bereits auf das nächste Video mit dir.